Ich sollte meinen neuen Partner am städtischen Autofriedhof treffen. Nicht alle würden sich den Erstbesten vor die Nase setzen lassen. Aber ich wusste, dass jeder Detective, den die Abteilung mir anzubieten hätte, automatisch meines Respekts sicher sein konnte. Hey, Sergeant Friday? Wer möchte das wissen? Ich bin Peps Trebek, Ihr neuer Partner. Sie machen absolut nicht den Eindruck, Mister. Ach wirklich? Was soll ich denn davon halten? Es ist mir vollkommen egal, als was getarnt Sie unter welchem Stein vorgekrochen sind. Es gibt eine Kleiderregel für Detectives im Raub- und Morddezernat. Anweisung 3-605. Punkt 1.0.2.0.2.2.4.2.6. Punkt 5.0.7.0.8.0.